Willkommen zurück zum nächsten Abesett. Ich bin bei Rumble und ich sehe schon ich habe Smite. Das ist wirklich sehr nice. Jetzt kann ich Rumble auf Top mit Smite spielen. Ich würde sagen die Smite Power mit Rumble ist schon op. Das ist jetzt die neue Meta eigentlich. Weil man nimmt einfach, wenn der große Minion kommt, man kann den Smiten dann. Das ist echt super strong. Man kann auch den Dragon dann. Mit Rumble macht man einfach dann eine Minute 15 Barren Solo. Weil man hat einfach Smite. Geht mal mal kurz runter zum Barren. Ja. Ist ja direkt an der Top-Lane. Passt ja dann. Ist von der Weg auch nicht so lang. Oh, halt gleich kann ich hier. Ja, gut, dass mir das nicht in der Champion-Auswahl eingefallen ist. Wieso habe ich im letzten Game... Ach, ich habe gejunglet. Ich habe auch noch die vollsten Runen dabei. Vor allem im Team-Builder. Gut kombiniert. Laura, was ist los mit dir? 53 Auras, du alter. So hast du in der Mitte. 12.000 Rüstung. Ein Support sollte gegen alles gerüstet sein. Wow. Was ist das für ein... Aus welchem Buch hast du den Spruch denn? Das stand in meinem Weisheitskeks drinne. Weisheitskeks. Luxkeks bei dich. Weisheitskeks. Ach. Ein Weisheitskeks ist OP. Du bist ein Weisheitskeks. Vor allem spiel ich... Alle Kekse bei Laura. Vor allem spiel ich gegen... J. So, das Einzige, was ich in diesem Game... ...machen werde... ...Jungle. Das Feeden. Irgendwann komme ich dann raus. Weißt du, der Gute ist, du kannst einfach Minions, die du nicht bekommen würdest normalerweise. Sprich die großen vor allen Dingen. Kannst du einfach smiten mit Rumble. Dann kann der Jungle nicht taxen gehen. Ja, der kann nicht taxen, weißt du, weil du einfach... ...du smitest einfach und dann... Einfach im Balance bist du. Der Jace ist ziemlich verhalten. Warum habe ich denn meine Automation abgebrochen? Oh, 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 oh. Automatische Angerepfe abgebrochen. Ah. Nuss. Acht Schaden macht das. Ich weiß gar nicht, Rumble haben die ja ein bisschen gebufft. Ich habe mir nicht durchgelesen inwiefern, aber... Okay, wir bekommen so ein bisschen auf den Sack. Ein bisschen? Wodiber habt ihr doch nur. Ich muss auch sagen, die Wail macht den Schaden nicht, der Wodiber. Wodiber. Wodiber ist gerade in mich hinein geflasht, um mich rauszuwerfen. Ich hätte eigentlich... Ich hätte eigentlich, äh... Bräuchte ich nur eigentlich mal warden da, ey, dann... Aber nein. Dolch, mulch mit Dolch. Ich glaube, der Swain hat auch nicht so ein schönes Leben da. Gegen die Katharina. Deswegen passt das. Ich bin schon gedacht, dass ich eh wieder auch rein-fiede. Ich war zu weit auf der Lane und habe mich gewardet. Das war ein... Alter, der hat einfach nur Pots mit, äh, der Jays. Nur Pots. Fairy Charm und einfach 12 Milliarden Pots. Ich frage mich, wieso? Ich meine, er hat ja eh Range eigentlich. Ja, das ist ja. Das sind diese Spieler, die, äh, ganz safe spielen wollen. Gar nichts zu spieren. Ich kann trotzdem rein-fielen. Ne, ich habe ja gefeedet. Aber... Kassix hat auch nur den Kill? Ne, hat er nicht. Kassix kommt runter. Kassix ist auch immer noch einfach, finde ich, ein Pflicht-Bann. Echt. Der ist immer noch einfach super stark. This is gonna be problem. Nice. Dann habe ich ja Smite mal ordentlich benutzt. Good job. Katharina raped. Katharina raped. Dann ist alles cool. Wow. Er kommt einfach aus der Base und hat einfach, äh, 2 Milliarden Schaden gefühlt. Oh. Pfff. Dafür muss ich mir meinen Smite aufheben. Fällt mir grad ein. Pfff. Chase. Wer ist das? Komm gleich mal hoch. Wenn du gehst. Weg. Geh weg. Ich weiß nicht, inwiefern der hier gewardet hat. Der hat, glaub ich, das River hat er gewardet. Weil er hat einen Ward vorhin mitgehabt. Er hat ja nur eine Fairy-Charm gewohlt. Katharina ist echt mega-aggressiv. Yo, Lane-Gang-Kurl-Rena. Oh, ich fail. Von den Minions da. Woher? Was ist das? Perrick! Jetzt! Brenn! In der Hölle! Sexxus! Alter! Charakter drone! Oh Gott, hey, die sind drohend. Oh, da ist ein Dron. 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 Da... da... Ah, Basics. Ach komm, really? Ja, die beiden. Räumt jetzt ab, Alter. Boah, wie... ungut. Ungut. Eine nette Wortsumschreibung. Muss ich mir merken. Gibt's dann eigentlich das Wort ungut? Bist du doch dann eigentlich schlecht sein. Laura, du bist doch Germanistik-Student. Sag uns doch mal, was... was hat es damit auf sich? Klär uns mal auf. Laura! 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 Wer ist Matt? Ich bin Matt. Matt oder Bad? Wayne hat doch den Kill bekommen. Matt! Ja, aber... Wayne ist doch... Ja, aber... War ich nur ein ganz kleines bisschen, Bad. Ein ganz bisschen nur. Ganz knapp. Ich hätte fast überlebt. War schon happy. Happy? Happy wie Pharrell Williams? Der ist auch immer happy. Ja, ich hab schon meine Hände geklatscht und so. Geklatscht? Richtig schön geklatscht. Mhm. Mmh, brennt, Minions! Brennt! Oh, ich kann immer die Golems machen. Oh, guck mal, der wollte mich mit seinem Schockblast treffen, aber nööö. Hey, hallo, Jace. Warum bist du denn so aggressiv? Frag ich mich auch hier auf der Borderline. Deine Wellen spielt doch gut. Die Gegner sind aber voll super aggro. Der Wohlibehr flasht immer an einen rein und... Nein! Löser Wohlibehr. Oh, Mann! Nein! Ich bin überhitzt! Oh, du hast den Auto-Attack gecancelt! Oh, Gott! Die brennen in der Hülle! Ja! Den Auto-Attack habe ich gecancelt und davor habe ich mich einfach überhitzen lassen. Ich bin so ein Noob! Aber zum Glück habe ich ihn trotzdem gestört. Meine Ulti war einfach episch gesetzt. Er konnte einfach nicht zurück, weil einfach... Nein! Oh! Oh! Wow, die Vayne-Plays! Diese Vayne! Wow! Outplayed! Diese Leona! Oh mein Gott! Kathi ist einfach Challenger! Diese Leona! Diese Leona! Kathi, aber das sehe ich da. Laura, meine ich. Ja, Alter, was soll denn das so? Ja, ich kann dich nennen, wie ich will, ne? Oh, ja! Oh, ja! Oh, ja! Ich schreibe mal kurz, good job, Vayne! Desport Lane, Challengerino! Pfff! Seid doch alle Trolls, ne? Ah, du bist der Obertroll. Also wenn man sich gegenseitig einfach unterstützt, dann ist das ein gutes Gefühl für alle. Ja. Wir finden dich doch auch gut. Bei Chris geht das immer so los, wenn dein ersten CS auf der Lane verpasst. Ja, Lane 4. Oh, ich hab keinen Bock mehr! Keinen Bock mehr! Die haben so einen Lack, ey! Keinen Bock mehr! Ne, nö! Keinen Bock mehr! Letztes Game! Letztes Game für heute! Ich mach nicht mehr! Oh mein Gott! Ich brauch den Minion! Jetzt redest du so schnell, dass ich voll verwirrt bin, was ich kaufen soll! Wow! Oh nein! Oh Pfff! Bart ist ja krass! Er ist ein Paired OP. Paired Kino! Rumble ist immer noch weak, aber man kann Damage machen. Wie wenig. Es ist doch möglich. Smite! Den Minion möchte ich haben! Wow! Ripped off Ripped off Komm gleich nochmal hoch Warte, er wurde jetzt Verstammt den Try Mh Thought you'd never ask Thought you'd never ask Fuck you'd never ask Oh nice 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 Stirb Kha'Zix Stirb Ja Er verbrennt Du hast den Kehl bekommen Ich hab den noch zum Brennen gebracht Wolter, geh weg Geh weg Smite Smite hat sich schon mal gelohnt Hat sich schon gelohnt Du hast gesehen meinen epischen Equalizer Der hat einfach die weggebrannt Komm schon, komm schon, komm schon Oh, fail Nice Doch nicht, ja Geil, okay Ich bin von meinen Emotionen gerade Der hielt's Von meinen Emotionen Uh, ah, mh, ah, mh Ah, nein Mh, ah, mh, ah, mh Ah, so knapp So knapp Nice So knapp Könnt ihr einfach mal Zehn Sekunden zurückspulen Und die Augen zumachen Dann hört ihr lustige Sounds Lustige Sounds Das war ganz knapp Hast du die Weinen noch gekillt? Ja Ich mag meine Weinen Mh, ah, mh, ah, mh, ah, mh, ah Das ist auf jeden Fall Nice Noises Ich mach jetzt einfach die Golems Guck mal, weil ich einfach Ich bin einfach Smite-Rumble Oh, das ist einfach die neue Meta Was sagt ihr denn? Einfach nur OP Huah, und wir müssen das Der ist da Boah, Alter What the fuck Was? This is gonna be bumping Ich muss Worden Ich muss Worden Ich muss Worden Ich, ich, ich muss Worden Ich muss Killen Ich muss Killen Ich muss Killen Ich muss Ich muss Killen Brenn in der Hölle Brenn doch mal in der Hölle Hier einfach Brennt, ey Der ist gar nicht mehr Eskapt Habt sich einfach gedacht Es ist sowieso egal Das hat mir ja gefehlt Aber meine Katelyn Oh, ey, meine Wayne Meine ich Oh, und die Minions Und oh, das wird nicht gut Das wird nicht gut Oh, das war mein Schuld Oh, 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 oh Oh, 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 oh So, wisst ihr was jetzt los ist, Leute? Bitch Jetzt atmen wir erstmal eine durch So, ab jetzt Jetzt atmen wir erstmal eine durch Eine Initiative Eine Line erstmal durchziehen Und dann, äh, können wir wieder Fragwürdig, Chris Fragwürdig Oh ja, war nicht so ganz Så danach Mit Ansage der Fail Nice Mit Ansage der Fail Nice one Sag, das sind die Ja, Wayne ist einfach nur Bro Oh, ohne Bits, Alter. Jetzt kommen wieder die Rages, ey. Er spricht Master Yi im Jungle, ey. Und dann kommen die Rages. Der Ragelevel ist beyond 9000. Ja. Hör mich auch ragen, Alter. Ach, ich verpiss mich einfach wieder in den Jungle, ey. Geh nicht mehr raus. Okay, das war ein komisches Geräusch. Auf jeden Fall sehr männlich. Ja, manchmal geht es nicht darum, männlich zu sein. Manchmal geht es einfach nur darum, zu feeden. Feed or win heißt das. Oh. Oh, die Botlane. Ich mach meinen Equalizer jetzt auf die Botlane. Wär so krass, ne. Wenn der Rumble irgendwie Global Range mit der Ulti hätte, ey, das wär so ein LOL, ey. Wär richtig. Vielleicht weniger Damage, aber dafür Global Range. Ich find... Generell so Champions, die immer Global Range Ultis haben, richtig lustig zu spielen, ne. Find ich auch bei Gangplank noch so geil. Auch wenn der Champion so ein bisschen kacke ist. Die Ulti ist einfach super lustig. So, Peric, jetzt kommt wieder der Fail. Auf Bordlane. Auf Bordlane. Auf Bordlane. Warum fehl ich denn so? Das ist einfach... Weil sie wollen immer kämpfen. Warum wollen denn... Also... Sorry. Again. Rennen. Ich fuckele ihn weg. Wer will ein Stück von dem? Wer will ein Stück von dem? Was? Keine Ahnung. Musste Rumble fangen, nicht mich? Ich weiß noch, wo Rumble rauskam, wo ich den immer gespielt hab. Ich komm die Top-Lane. L5, L5. Ja. Hm. Ich muss sagen, dass das ein bisschen... Das Problem ist. Ich form so schnell den Jungle, dass die Men jetzt nicht mehr spawnen können, so richtig. Ah, du Tier. Du, du. Du bist echt ein Tier, ja. Du bist echt... also... Krass, ich weiß. Oh, nass. Witte, ich werde gleich gegangt. Witte, ich werde gleich gegangt. Meinst du, da kann man was machen auf der Botlane? Auf der Botlane kann man natürlich was machen, klar. Die kämpfen sowieso immer. Geht jetzt aber gerade warden. Egal, ich komme vom Try einfach angelaufen. Nee, Tryangwish ist gewartet und erbruch. Egal, wenn die so weit vorne sind. Bis die mich sehen, wenn sie sind, sind die schon tot. Ah, der alte, die haben schon näher geworden. Ja. Oh Gott, der hat noch Ignite. Das war... ...ein bisschen Fail. Er macht echt ganz schön viel Damage dafür, dass er einfach nichts hatte. Das ist echt... Sog mir noch ein bisschen, ein bisschen Bad von mir. Ich hätte ja wegflashen können. Ich hätte ja wegflashen können. Das würde es sein. Ich würde sagen, der Equalizer ist echt auch... ...vom Schaden her ziemlich nice. Aber irgendwie... Ach, der hat schon Hackstring da. Deswegen habe ich den nicht gekillt. Oh, ich gucke... Ich muss auch immer auf die Items gucken. Ich bin auch ein Noob, ey. Ich gucke immer nicht auf die Items von denen. Das ist voll der Fehler. Hm. Das ist voll der Fehler. Danke, dass der... Das klang also lustig, Laura, ja? Ja. Was ist denn los mit dir, echt? Was ist denn los mit dir, ey? Haben die denn Drake gewordet? Ich denke nicht, nein. Außer von hinten, Ben. Von hinten. Von hinten gewordet. Ich komm in die Midlane. Oh, der macht grad seinen Red. Ich komm in die Midlane. Ich komm in die Midlane. Das war ein Flash. Wardlane ist miss. Chris? Ja? Penetrieren? Ja, go. Bro. Double... Penetration. My Flash. Bro. Ich hab mir gedacht, scheiße, der wird bestimmt mit Flaschen. Oh, ich hausse den. Der ist einfach oben lang. Ich komm auf die Boardlane. 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 Ich hab den da. Ich komm hier. Und ich tank auf die Boardlane. Oh, ich danke. Oh, du. Ich tanke den Turm immer noch. Ich tank den Turm immer noch. Ich hab ewig den Turm getankt. Der wird uns alle verrackt. Ich kann doch froh sein, dass ihr mich eben im Teamwarnt. Das war schon gut, Guys. Dann ist sowieso immer... Das war mir klar. Let's stay on the bot lane. Stay on the bot lane. Oh mein Gott! Da kommt ein Jace und wird mich töten mit seinem Shock Blast. Oder auch nicht. Hey KZX. Wie geht's dir? Wie bist du denn so stark geworden? Oh mein Gott! Alter! Die Unsichtbarkeit. Die Wien ist auf dem Zock. Das ist ein Fail. Ich kann nicht helfen. I can't help. Hätte ich da mit Equalizer gehabt, ne? Da hätte ich die alle weggebrannt. Oh... The chase is... The chase is on. Oh, die Chases. Chases Popaces. Ich werde jetzt noch ein bisschen junglen. Ich glaube, wie ist der der Chung war. Oder? Du stirbst erst mal. For real? Alter, der ist auch wieder ein Dude, ey. Der Kunde einfach drei Kilometer hinterher gechased, ey. 6,3 hat der. Neu. Rumble ist, muss ich sagen, echt nicht schlecht eigentlich, aber immer noch mega weak. Also... Keine Ahnung. Es ist im direkten Fight einfach immer noch viel zu schwach. Auch jetzt nach dem Buff. Problem? Ja. Scalings sind auch zu schlecht irgendwie. Also wenn man denkt, macht im Verlauf von drei Sekunden 500 Schaden der Flammenwerfer ist jetzt auch nicht so viel. Der Overheating-Damage ist ziemlich cool. Der Overheating-Damage ist ziemlich cool. Aber äh, ist es rausgeist oder legal. Alles, was meine Technologie? Außerdem. Eine~! Hat der LW oder was? Oder wird es los? Er hat ja mega viel Schaden irgendwie. Ich würde sagen, das wird ein ziemlicher Rape. Der wird noch ganz schön schwierig. Was hast du gerade gesagt? Der Swain ist noch da, ich hab noch Exhaust. Outplayed nennt man sowas, Jayce. Was hältst du davon? Guck mal, wir haben den Ace. Wer hat denn die ganzen Kills gerade gemacht? Du oder was? Ich, alle 4. Ich hab geholfen. Das ist natürlich nice. Also Monster E ist echt gelämpft. Legen wir noch einen Tower. Ich hab gerade von irgendjemand gehört, Boah, Vane ist einfach broken! Ja, die ist auch broken, wenn man sie spielen kann. BROKEN! Weißt du, wer broken ist? Rumble. BROKEN schlecht! BROKEN schlecht! Aber ich hab jetzt immerhin ein bisschen AP und ich muss sagen, der Jayce hat noch nicht genug Resis irgendwie, um gegen mich zu kämpfen. Wir machen ungefähr gleich viel Schaden und können uns dann, je nachdem wer zuerst failed, der stirbt. So, ich hab mir einfach zwei Altsums leisten können jetzt. Der Bulli wäre wirklich so ein richtiger, so ein richtiger Typ, weißt du? Ich komme mit Laine! Ich komme mit Laine! Ich komme mit Laine! Pentakil! Ich komm auch! Pentakil! Ich bin kein Problem mit Laine! Ich bin kein Problem mit Laine! Ich bin kein Problem mit Laine! Ich bin kein Problem! Ich bin kein Problem! Der da ist halt also kein Problem mit verlinkt! Ich bin ein Problem mit Laine! Wir können nur den dungeon abfangen. Wie schnell der wird, aber der sich, ey. Wir muchen alle zum Drake. Ja, wir müssen da hin. Da können wir fighten, da können wir fighten, ne? In dem engen Gebiet hier. Ja. No smite, no ult. Ach, gotcha. Fuckers. Markers. Oh Leute, Tumble Mechanics. Problem ist, wenn die eine Vayne die andere chased, ist die andere schneller. Ja, aber das Problem ist, wenn man Tumble fehlt, ist das ziemlich auf Doom. Problem ist, ich hab alles gefehlt. Und wenn war der Solo-Drag. Ist ja auch schwierig. Ich bleib jetzt einfach Solo-Q-Top. Soll der Jace kommen? Ich rape den dann einfach. Dann ist alles gut. Meine Ulti war nicht so super platziert, muss ich sagen. Also da hätte ich durchaus besser machen können. Das war irgendwie nicht so cool. Ja. Also da hätte ich mich nicht sagen können. Also da hätte ich mich nicht sagen können. Ich werde mich nicht sagen, wenn sie mich Autorischen transmitiert bei Ihnen wissen. Ja. Ich werde mich nicht sagen. Boah, was? Ja, es tut mir. Komm mit, land! Ich brauche gar nichts noch zu tun. Jetzt kuchen wir! Hm. Das hätte ich nicht erwartet, dass sie so schnell bei mir sind. Ups. Boah, sag nicht, jetzt ist meine Aufnahme abgebrochen. Nee. Oh, da bist du jetzt in Rager Reno gegangen. Ja, ich habe 5,5,5. Das sind die Doomstats. Die Doomstats. Ich glaube 1,5,16. Nice. Boah. Dann Carry of Doom. Ich habe wieder diese Stuck-Kamera. Oh Gott. Ich will wieder nicht bewegen. Ich würde sagen, wir laufen jetzt einfach mal zu 5 rum und machen die alle tot. Ich würde sagen, am besten ist das eigentlich mit Rumble zu fighten in so einem engen Gebiet, ey. Wenn die dann wirklich alle in dem Flammenwerfer drin hocken, ey. Dann kannst du richtig... ...damagerinos machen. Meinst du, ich kann einen Barrel machen? Ne, wir lassen uns den zusammen einfach machen. Ja, klar. Ich habe ja auch Smite. Aber Double Smite. Oh, peace. Tschüss. Alter, was für Trolls, ey. Was für Trolls, Alter? What the fuck? Hast du das gesehen? Was ist eigentlich mit unserer Vayne? Ach, die ist es abgehauen. Alter. Was sind da denn für Trolls? Sind die alle reingeflasht? Hier flasht es auch wir. Ich war unstand tot. Was die Botlane immer on-in geht, habe ich euch gesagt. Ja, die Botlane ist okay. Wie geht denn sowas? Ich hätte einfach sofort ulten müssen. Haben wir Dragon Barrel bekommen, ne? Nein. What the hell? Ich habe mich vorher abgerissen. Ich war ja instant down. Der Bulli hat sich geflasht. Klasse. Ach, keine Ahnung. Das war nicht. Mega Troll irgendwie. Der Bulli wäre jetzt auch irgendwie krass. Oder er macht richtig viel Damage. Kassix ist aber einfach so ein Champion, ne? Dass den immer noch jeder in einem Normal Game spielt, ne? Das verstehe ich auch nicht. Das müssen auch Menschen sein, die keine Seele haben, echt. Das ist richtig krass. Der Champion ist immer gebannt im Rank, ne? Immer. Ist einfach ein Champion für Idiots. Idgits. Der Jayce steht gar nicht so gut. Drei, sechs, neun. Der Swain, eins, elf, alter. Auch nicht so gut. Die Wain und der... Ja, der Bulli wäre, alter. Er ist auch nicht gerade ohne, alter. Ich habe auch zu früh gesmited, kommt auch noch dazu. Ich war ein bisschen panisch. Ob sie dann alle da rein geflasht waren, alter. Habe ich mega Schiss gekriegt. Habe ich mega Schiss gekriegt. Ich muss mal in der Mitte raus pushen. Ja, die haben jetzt ja auch alle keinen Flash mehr, ne? Also von daher... Kral war das in der Mitte raus. Du bist ja auch noch ein Rad. Ich kann nicht und entsprechen. Hey, da kann ich ja auch nichts machen, ich muss doch so nutzlos auf dem Lake gehen. Ah Kha'Zix ist einfach so Kha'Zix ist einfach so Ihr seid gerne GG Ja gut Leute, das war Rumble und dann würde ich sagen so und so nächstes mal bis dahin, hau da rein Können wir auch den Losing Screen hier reinziehen